Und damit Willkommen zurück zu Red Dawn. So, genau die Mission. Ziehen wir auch ganz klassisch hier durch. So ein paar Selbstmöller hier bauen. Am besten wirken auch die ganz normalen Leute hier. All die hauen sich nicht gegenseitig kaputt. Der fangt mal hier rüber. Von hier kommen sie auch mal ganz gerne. Dann haben wir ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. So, da haben wir bewachen. Schreifen von zwei Seiten aus an. Ja, hier musst du wirklich jedes... Jeden Minigunner oder Grenadier oder sonstige Leute hier oder Fahrzeuge immer einzeln anklicken. Das war damals so. Das ist nicht so einfach wie heute. Einfach zack, knapp 100 Einheiten auswählen, was du haben willst in der Liste. Nein. Hier machst du es ganz mühsam. Jetzt bauen wir weiter. Jetzt sind sie wieder der Falle. Wo sind sie denn, die Schweinebacken? So, die ganzen Buggy-Smodellen sind weg. Jetzt haben wir das noch kaputt. Komm, 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 komm. Ah, hier diese Rush. Tag, weg mit dir. Ah, komm mal, spiel kurz in Stocken rein. Genau, haut sie alle weg. Und die Missionen werden alle auf schwer hier gespielt. Nicht, dass ihr der Meinung seid, warum kommst du so einfach durch? Es ist so. Also, das Spiel ist einfach so. Ah, da kommt wieder ein kleiner Ruckler. Genau, machen wir hier die Ablenkung. Ein paar Leute haben wir noch. So, rüber, machen wir noch die Flugabwehr hier platt. Okay, oder so. Okay, da sage ich schon mal persönlich zu der Mission. Äh, wir hätten die Sam-Sites noch aufschalten müssen. Das ist ein Missionsziel. Warum das hier nicht aktiv ist, kann ich euch nicht sagen. Weiß ich nicht. Finde ich schade. Aber man kann ganz gut so durchrushen hier. Aber wenn, hätte man alle Missionsziele auch aktivieren müssen. Sprich, alle Gebäude in der Mission zerstören. Das kenne ich so von der GDI. Aber gut, haben wir geschafft. Würde mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.